Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pete's Meet TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit dabei der Christian, der Sebastian, der Jonathan und ich, der Peter. Und es ist gut, dass Jonathan dabei ist, denn heute geht's auch ein bisschen um ihn. Denn wir schauen uns an Best of Jay fühlt sich ungerecht behandelt, vorgeschlagen von PTBBFB. Okay, Experte Dr. Klenk hat gesagt, dass es zu 89,9% auch wahr ist, dass Jay sich zu Recht ungerecht behandelt fühlt. Ja, okay. Von Matrixos ist das Video. Ja, verlinkt natürlich in der Videobeschreibung. Gucken wir doch mal. 13 Minuten Ungerechtigkeit, das ist aber schon hart. Das ist bestimmt schon ganz lange her. Ach, Katjes! Boah, diese Autobahn. Mann, du Scheiß-Huren-Pisser! Äh, 31 hätte ich ja nur fünf Buchstaben. Einen ganz bestimmten pazifischen Inselstaat. Eins. Die haben noch nie eine Goldmedaille gewonnen, glaube ich. Samoa. S-A-M-O-A. Passt. Such mal, aber in diesem Fall nicht. Bullshit! Drei, zwei, eins. Ist ja nicht voll viele. Fuck you, Japan. Oh. Nee. Warum denn nicht? Nee, also der kommt hin, aber steht er nicht. Drei, zwei, eins. Sag Australien. Dann hat dich halt da rausgelogen und jetzt weggemacht. Was, was? Was, was? Was, was? Ich habe mich überschlagen an einem Scheiß-Busch. Ja, man hat gesagt, also falls ihr nicht verstanden hast, der eine Bus hat gerade den anderen Bus weggemacht. Du hast gelogen. Nee, war ein anderer. WAAANN! WAAANN? Ja, das war Mann und was. Da habe ich mal gewohnt in WAAANN. Oh, scheiße. Oder ist das, also das, also ein so ein graues Pinöppel-Ding ist eine Batterie, oder? Oder ist das so, kommt die Scheibe da irgendwie so rein, was weiß ich. Ja, die Scheibe ist so groß wie dein Ohr. Ja, aber keine Ahnung. Ich finde die ganze Beschreibung eh total seltsam, weil in dem Titel steht halt 80 Stück und wenn du runterst... Das war nicht gut, ich wollte zwischenlanden, aber... LENEIN! 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 Dann ist einfach, das ist nicht, Jay fühlt sich ungerecht behandelt, dann ist, wir machen uns über Jays Schreie lustig. Die ganze Zeit einfach nur. Ich finde das gut, dass meine Reaktion immer noch die gleiche ist. Ja... Ja... Mhmm... Häh... Nein! Und, halt, hoch! Öh... HÄH?! HÄH?! FÄH! FÄH! Was hat das... Bist vor? Was war das? Oh ... Nein!... Oh man, ich fahr aber auch wieder letztlich! WÄS IST DEUITELOS?! chair, was ist los? HÄH! Oh, das ist schon ein bisschen her, da war auch cool. Mhmm... Ich bin wieder müde! Jay heute mit komischer Seitenlage unterwegs. Mann! Jetzt werde ich hier voll gefickt, weil ich hier einfach rumhänge. Was passiert hier? Es regnet das Auto. Oh Gott! Das ist aber auch ne Verstrickung, echt unglückliche Verstrickung, die hier gerade passiert. 100 von 5. Das ist so belastend jetzt. Nein. No Tries. Hä? Da wird schon vermisst, muss ich sagen. Scheiße. Mann! Ich hätte gerade nur von Schulz abgeschossen. Was? Nein! Scheiße! Stimmt, jetzt habe ich ja gewonnen, deswegen sollten wir nicht kill machen. Oh nein! Der Brahm hat gewonnen. Und was? So, gucken wir mal zu, wer ist denn der Beste von uns, sagt der? Nein! Nein! Die Stelle ist aber auch scheiße. Ja, die Stelle ist richtig lieb. Ja, die Stelle ist scheiße. Ja, Mann! Mit drei Leben übersetzt! Mann, jetzt fack ich ja voll! Ja, wenn du weißt, geht die Stelle, aber so am Anfang ist die scheiße. Ich wusste dann auch sehr lange nicht. Bei der ersten musst du glaube ich auch nicht links, sondern rechts, sondern links rüber fahren oder so, das ist alles ganz belastend da. Mhm. Guck mal, so nimmt man Pakete an. Mega. Hast du ein Paket angenommen? Ich habe gerade ein Paket angenommen. Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Oh Mann! Richtiger Hilde. Und los geht der Spaß. Fahr! Was? Bist du scheiß Panzer? Fick dich, Auto! Oh Mann, das war ja richtig kacke! Hey, wo fährt denn der bei mir hin? Alter! Das war... Das war... Stark! Nein, den Wickel an! Guck dir mit mal! Der Wickel! Der Wickel! Okay. Man kann allein das Design... Wann ist das für ein Spiel denn überhaupt die ganze Zeit? Das habe ich sogar noch länger gespielt. Das war ein Roguelike. Das war nicht ganz nice. Ja. Okay. Das ist voller Höhes auf jeden Fall. Höhe? Höhe? What? Da bin ich auch noch nie gegen gefahren. Da ging die Tür auf. What? Good to know. Lächerlich! Lächerlich. Boah! Ey, du Wickel! Boah, der war aber knapp. Ey! Wollt ihr jetzt frei... Nein, nein, nein. Oh, Jay wird richtig gebounced. Das ist auch cool. Das ist lustig, ja. Was? Nein! Ich habe mich selber mit dem Plasma-Strahl zerstört! Das kann nicht sein! Oh, da war ich richtig weit. Oh! Oh! Alles habe ich geklaut? Ich habe... Oh! Ich war tot! Was? Ich habe mich von Niederhalden weggezockt! Ich war... Das war so frech gewesen! Soll ich dann nachher eh hochwerfen? Oh! Hä? 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 Haha! Delta, du Lappen! Ja! Genau! Dann lag dir irgendwer anders da so rum! Wer war denn denn? Keine Ahnung, wer das gewesen ist! Ach, Mann! Das war der Sack! Fuck you! Alter, der snipet mich auf 5.000 Euro! Warum? Ja, reicht schon! Okay, dann gehen wir da in die Richtung. Komm bitte! Ja! Nice! Scheiße! Fuck! Le was? Le was? Das Wahnsinn des Wortes! Als ob das... Als ob das... Direkt in Paris ist! Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, ey! Ach geil! Ich habe halt sehr lange gedacht, dass wir in Belgien... 216 ist aber auch die megakleine Pissstraße, Alter! Machst du nichts! 10 Millionen nur? Als ob ich nur 10 von den scheiß Karten gekriege... Ja, das Spiel hat dich angelogen, genauso wie du keine 2 Fufis bekommen hast! Ey, ich würde gerne nochmal zählen! Ja, guck doch das Video an! Guck wer das an! Warum da ist irgendwie die Farbe raus? Ja, der kriegt 100.000 da! Ja, das ist einer weniger als bei dir! Ja, das ist einer weniger als bei dir! Ach so! Guck dir das an! Guck dir das an! Ja, der hat eine 1,5... Nee, ist ja gar nicht! Oh, du hast den Koreaner geblockt! Und der Dunn ist dahinter! Dankeschön! Leider, genau für den ersten Platz! Nein! Nein! Oh nein! Delta! Alter, Delta ohne Scheiß! Und coole Aktion! Das war ein ganz geiler Buch von der Stimme! Ja, aber wirklich! Ja, ich bin erster! Nein! 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 Okay, ich bin erster, alles gut! Oh Gott! Ich hab mal gesehen, dass ich auf Platz 1 war auf der Stade und Ziel 2 wusste mir entgegen! Oh Gott! Oh Gott! Wie schnell ist denn der eine da? Das ist Christian! Piss dich! Nein! Alle... Alles mitgesucht? Ja! Nicht alle! Oh, ich nehm alle mit, Jungs! Nein! Ja! Na was? Bremsen! Ja, wo du bist? 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 Oh Gott! Oh Gott! Jetzt sehen wir den Rest vom Video nur noch das. Oh, das war so geil! Nein! Schon wieder blau! Verfickte Scheiße! Das war so geil! Oh nein, ich war ganz entspannt! Nice! Das war auch mega entspannt! Ja, mega entspannt! Gott! Gott! Mann! Mann! Vorher selber noch verschissen! Weil ich mich die ganze Zeit so aufregen muss! Was macht das denn? Ja! Das ist die anderen schuld! Ich hab gar nichts extra gemacht! Nein, nicht du! Seth macht das extra, um mich zu ärgern! Oh, Mann! Guck mal, der sich freut da! Mann! 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 Warum? Warum? Komm, gönn mir noch... Klau mir noch jetzt meine zwei Bücher! Ja, Bram lässt sich noch ein bisschen an! Klau mir jetzt noch meine zwei Bücher! Das wär so typisch! Mann! 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 Das ist so ein Witz! Das ist so ein Witz! Das ist so scheiß! Das ist unglaublich! Das könnte auch jede Folge sein! Ja! Wenn das jetzt endlich Müll... Mit zehn Büchern verliere ich! So ein Dreckspiel! Ich und nicht mein Wagen. Warte mal, ich setz dich wieder richtig. HÄH? Da ist Chichel, du stehst in deiner Ecke. HÄH! HÄH! Wie bitte? Ich glaub, der wäre toll, wenn der mal alt ist. Peter hat Kamen-Test nicht an. Was? Was? Minus 700 Dollar. So viel Geld hattest du? Erst die Antwort auf die Frage nach allem. 42. Fuck. 47. 42! Fuck, ey! Das ist alles bei einer richtigen Galaxis. Ey, was weiß ich denn? What the fuck? Was ist das für eine Scheiße? Ich hab den Unfall gemacht oder so. Come on! NEEEEEEEIN! Ey, da konnte ich aber nichts gegen tun. Das ist echt so ein Schuss. Watch J. Die inside. Jetzt zum Beispiel. NEEEEEEEIN! Mann! Wichtige Punkte, die Peter wieder aufholen kann. Was ist das für eine Scheiße? Wenig nur! Na gut, das ist eine Führung. Das ist nur Unentschieden. HÄH?! Was?! Das ist für seine Leiche. Da stolpert der über seine eigene Leiche. Was ist das auf wie? Das ist denn scheiß Ernst? J macht das für den First Try, macht der das richtig gut. Ich würde sagen. Ich hab nichts gedrückt! Du darfst nicht an die Kabel. Du darfst nicht an die Kabel. Du darfst nicht an die Kabel. Ja. Du darfst nicht an die Kabel. Aber ich bin erschrocken. Ja. HÄH?! Von wo denn?! Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herab. Alter, das ist doch Witz! Mit die Karte, ehrlich gesagt, du bist schon groß. Hey, come on, ey! Ich seh die ganze Zeit keinen! Krieg nur auf die Fresse! Dann ist das eine Idee oder? Der fährt ja gar nicht! Das ist aber die schönste Reaktion. Okay, wir müssen mal anhalten und losfahren wieder drücken. Ja, anhalten und losfahren wieder drücken. Ja, anhalten und losfahren über die Hälfte, wenn der mit einer anderen Leuten vorbeifährt! Jawoll! Der fährt bei mir halt ne Kurve! Ich glaube, ich geh kaputt. Oh, das wär übel. Oh, was ist denn da los? Ja, was? Ja, Christian, Sport, Feuer! Das sieht richtig aus. Peter, nimmst für ja noch ein paar Leute mit, ey. Peter! Peter! Leute, ich bin gestorben! Oh, das war auch toll! Was? Oh, geiles Spiel! Oh! 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 Guck mal, was hier... Oh! Oh! Der Zauberstab! Fünf Sterne! Ja, da gibt... Ja, Jay, du hast leider leicht daneben gelegen mit deiner Sterne-Angabe. Bram kriegt aber immer noch einen Punkt. Das hat Jonathan gerade gesagt, ich hab ihn nicht ganz verstanden. Der Sterne-Meister. Ich hasse dich, Sebastian Lenzner! Das kann er nicht! Oh, das war geil! Bram! Das war awesome! Ja, ey, komm! Was? Bram? Warum schreist du? Ich hab dich nicht mal beruhigert. Hä? Bullshit! Wie heißt Grantelbarns Assistent aus Weihnachtsmann und CoKG? Das hab ich nie gesehen. Jay? Andreas. Der war echt schön. Der war lustig. Ich bin ja ziemlich sicher, dass der so genannt wird. Ich hab mich geahnt. Ich schock mein Fleischspitzen. Ja, das ist schon nice. Das war stark. Vergiss nicht, lieber Jay, die Fragen kommen nicht von mir, sondern von Peer. Aber du liest sie vor! Ich brauch jetzt hier ein Opfer. Ja, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Was? Alter! Ja genau! Ja genau! Komm, ist sie zufrieden im Ohr. Wenn ich sie nicht angucken. Also auch wenn ich sie angucke... Ich mach jetzt einfach die 3 nochmal von hinten... Oh! Das war ich nicht! Okay, das war ich nicht. Ich war das. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich hab rechts dick gemacht. Plötzlich explodiert das Ding vor mir. Tja, das war lustig. Das war Personamusik. Bei Watch the Dying Side. Das war schwierig. Ja, das war nicht unbedingt... Ja, das stimmt. Also manchmal schon. Aber dieses ungerecht behandelt, das ist dann auch... Da bin ich ja auch bockig. Ja, ich glaub hier warst du in manchen Fällen auch ein bisschen bockig. Aber in den meisten Fällen war das noch lustig. Ja. Ja, das stimmt. Also, trotzdem lustige Compilation. Also, Jay Leidensinn findet ja jeder immer erstmal gut. Ähm, deswegen würde ich sagen, vielen Dank für diese Compilation. Vielen dem Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, nicht jeder. Wollte gerade sagen. Nicht jeder. Bis zum nächsten React. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.